Jetzt sind wir auch schon wieder bei Friendscrafts Ultra Hardcore PvP Projekt. Wir waren hier gerade beim Observieren der Lage. Aber da ist keiner. Da ist keiner mehr und wenn ich da hinrenne, dann überrascht er mich auf jeden Fall. Und das will ich vermeiden. Pech. Ich glaube, der ist da hinten im Dunkeln. Ich glaube wirklich, dass er sich da irgendwo versteckt. Und wenn er da nicht ist, dann renne ich gleich weiter hier nach hinten. Und gehe wieder, also drehe hier ab. Und renne mal in die Mitte. Wo meinte er? Lösch das Betrieb, super. 1,69, 0. 1,69, 0. Okay, ich renne da mal hin. Auch wenn da drüben ein Spieler ist. Der versteckt sich jetzt irgendwie. Der feige irgendwas da hinten. Ich glaube, das war der Andi. Bin mir aber nicht sicher. Ich werde jetzt zum Spawn laufen. Und mich jetzt hier hinter verstecken. Und schauen, ob er mir nachläuft. Ich denke nicht. Okay. Dann rauf ich weiter. Dup-di-du, du-di-da. Dup-di-di und tralala. Ich brauche aber noch ein bisschen Nahrung. Das ist klar. Ich habe da noch ein bisschen Nahrung. Ich mache mir mal eine Workbench. Und dann noch einen Ofen. Und dann brate ich mir das hier mal. So. Zur Not habe ich ja noch meinen Apfel. Und dabei kann ich hier observieren, ob hier jemand ist. Zack. Gebratenes Hühnchen. Aber ich denke, da kommt keiner. Bin ich mir relativ sicher. Mir werden sich jetzt alle irgendwo verstecken. Mano, denkst du wirklich, du könntest mich besiegen? Klaro. Mit einem halben Herz. Muss man sich nicht nur anniesen. Und dann falle ich schon tot um. So eine Herausforderung ist das jetzt nicht. Das ist klar. Gut. Zack. Noch das Braten. Und dann geht es wieder ab in die Mitte. Darüber. Das sind Tintenfische. Und da regnet es wieder. Wie geht's? Eklig. Und ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch wer ist. Am besten steht es noch immer mit dem Leben bei der Katrin. Wird 84%. Darunter dann 80. Dann 42. Und beide irgendwann zwei noch mit vier Herzen, soweit ich weiß. Oder viereinhalb. Uh, da hatten wir Schaden bekommen. Na gut. So kann es auch laufen. So, da hinten ist, denke ich, die Mitte. Ja, da ist die Mitte. Das heißt, ich werde hier mal schauen, ob ich wen finde, beziehungsweise sehe. Okay, da unten ist wer. Da unten ist der Andi. Okay. Wieso hat er mich erwischt? Verdammt. Ich... Nein. Na gut. Ich werde mich mal kurz wiederbeleben. GG. Ich war schon tot. Ich wollte nur noch GG schreiben. Dann bin ich halt... Egal. Dann bin ich zweimal draußen. Hey, der soll warten. Ich will noch viel Glück schreiben. Warte. 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 Aaaaah. Nein. 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 Mensch. Jetzt wart doch mal. Warte doch. Gut, dann schreibe ich halt nicht viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Dieses Mal hat es halt nicht geklappt mit dem ersten Platz. Ich gehe schon ins Hauptmenü. Wollt ja nur mehr viel Glück schreiben. Egal. Dann sehen wir uns vielleicht bei der dritten Staffel FC UHC wieder. Ich füge hier noch ein schwarz Bild hinten dran, dass man es am Anfang nicht merkt, dass ich drauf gehe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020